Willkommen bei Technotherm. Wir sind Ihr Hersteller für Elektroheizung und das seit über 30 Jahren. In Premium Qualität, made in Germany. An unseren zwei Produktionsstandorten in Hartmannsdorf und Burgstädt stellen wir elektrische Teilspeicherheizung, Bandkonvektoren, Infraotheizung, Wärmespeicherheizung und Schnellheizgeräte her. Hier werden unsere Geräte konstruiert und gefertigt. Wir führen die CAD-Programmierung und die Metallbearbeitung, wie zum Beispiel das Umformen der Teile durch. Danach werden sie beschichtet und in echter Handarbeit montiert. Zum Schluss übernimmt unser Logistikzentrum das Verpacken und Versenden an unsere Kunden in der ganzen Welt. Bei uns bekommen Sie ein Vollsortiment an elektrischen Heizgeräten, von groß bis klein. Von der Speicherheizung bis zum Schnellheizer. Und wenn Sie möchten, ganz individuell nach Ihrem Kundenwunsch. Wir sind ein international tätiges Unternehmen, welches die Vorteile schneller Entscheidungen und kurzer Wege eines Familienunternehmens genießt. Wir sind Technotherm. Wir sind Techn.